Ich seh doll! Ich seh doll! Ich seh doll auch noch mal welche aufmachen, deswegen ein bisschen sammeln und sortieren, mal abgesehen davon, dass das jetzt mittlerweile irgendwie 200 Euro kostet oder 100, ich weiß gar nicht genau, das eine hier und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Jetzt zu der Weihnachtszeit natürlich ist der Boy im Christmas-Laune und Vergib-Await natürlich auch einiges und ich habe mir gedacht, bei diesem Case-Opening, je nachdem was rauskommt, ja, der zweitbeste Skin wird Vergib-Await. Da habt ihr jetzt schon mein Wort drauf, ich weiß nicht, was kommt, wenn wir zwei Dragonlaws ziehen, Halleluja, ja, ich habe wahrscheinlich 500.000 Likes auf diesem Video und jeder schreibt wahrscheinlich einen Kommentar, ja, und da habe ich es auch eigentlich schon verstanden, was müsst ihr machen? Liken, kommentieren. So, Boys, wow, wir fangen an. Für die, die es nicht wissen, 20 bis 30 Euro pro Package werden hier gewastet, also 200 bis 300 Euro und, ja, meine Freunde, ja, so eine Knight Souvenir FN, ja, so um die 900 Dollar, ja, und eine Dragonlaw 5K Plus, ja, je nachdem, was für eine Unterschrift drauf ist. Ich habe natürlich geguckt, dass wir meistens was von den Grand Final drauf haben und, ähm, das wird sehr lecker. So, also, boys, wünscht mir und euch auch Glück und auf geht's! Hahaha, nice! Ähm, ja, Luminosity, ne? Ähm, ja, sieht sehr geil aus. Wow, die ist richtig broke. Äh, am Ende gucken wir natürlich nochmal in der Gesamtübersicht, äh, was wir gezogen haben, aber das war schon mal ein guter Start, ja, die Storm in fucking Games Guard, nice! Hammer! Oh mein Gott! Leute, ich... Oh! Hahaha! Wow! Okay, das, äh... Also, Leute, ne Storm habt ihr schon mal safe, ja? Ähm, das sieht geil aus. Man, 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 fanatic gegen VP, fuck! Äh, alter! Wobei, äh, die Clutch kann ich ja auch mal aufmachen. Wow! Boys, immer reiben! Ah, komm schon, ey, komm schon, Mann! Oh, wow! Äh, oh mein Gott! Ähm, die sind alle richtig broke. Broke as fuck. Na, wie der Flamy hat er unterschrieben, nice, nice, nice. Puh! Ey, komm, ey, okay, okay, ich stuf mal runter, okay, ne Night, ich, ich freu mich über ne Night, yo. Das kann nicht sein, um Himmels Willen, um... ey! Fuck. Fallen. Ja, der hat, äh, dieses Major gut reingesackt. Ähm, ich werde bestraft. Ähm, ja, Boys, also... Was machen wir, wenn ich nur Grau ziehe? Was machen wir da? Egal, ihr könnt was Graues gewinnen, ja? Geil. Hammer. Fuck. Das ist unglaublich. Unglaublich! Uhu! Ich glaub, die ist richtig am Arsch. Oh! Alter! Das ist ja... Wow! Ey, Boys, guckt euch mal das an. Da ist einfach nichts mehr an Farbe drauf hier vorne. Fuck. Die ist ja komplett crushed. Alter Falter. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt schon fünfte oder sechste Case? Alter Latz. Überlegt mal, 150 Dollar gewastet. Ich hab nichts raus. Boys. Boys. Was? Huh! Ein hellblauer Skin! Huh! Huh! Nice! Skidoodle. Wow. Nicht schlecht, oder? Ein hellblauer Skin kostet wahrscheinlich 50 Cent. Nice. Ähm. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt die Daumen drücken, ja? Also, ich merk das. Ihr hockt grad vorm PC da. Ihr macht das nicht. Oder vor eurem Smartphone. Das ist, äh... Drücken. Drücken. Ja, gut! Okay. Das ist... Also, das ist bisher das Beste, was ich rausgezogen hab. Auch wenn die übelst am Arsch ist. JW. Ja. Aber kann das... Äh, ich glaub, die ist halt auch übelst, Bro. Kann das nicht sein, dass der schwarz ist, normal? Also, Hashtag NoRacist, ne? Aber ihr wisst, was ich mein. Wow. Ähm. Äh. So. Boys. Und Girls. Ich habe... Ich habe... Ich... Ich habe die Dragon Lore auch noch nicht einmal vorbeiziechen sehen, ne? Ich hab schon so viele aufgemacht. Wieder JW. Typische Oma-Tischdecke oder so, oder? Krass. Äh. So, noch zwei Stücke kann ich auch machen. Wir hatten... Ich glaube... Ne, oder wie viele Items hatten wir? 25 doch, glaube ich, oder? Ja, ich... Ich glaube schon. Wenn nicht, machen wir eins halt mehr auf. Das ist... Oh, okay. Aber ich glaube doch. Wow. Oma-Tischdecken. Äh, Dual Berettas. Hi! Oh, oh, oh. Alter Falter. So, ey, Boys. Ey. Steht auf. Steht einfach nur auf. Ey, okay. Okay. Die hier, okay? Guck mal, ich geh jetzt schon so runter, gelb. Mach es fucking real, yo. Oh mein Gott. Wie der Oma. Alter Latz. So, wir gucken uns die Kacke an. Wow. Alter. Leute. Gebt es euch einfach nur hart. Ja, ähm. Ähm. Ja. Äh. Den, den glücklichen Gewinner von der Green Apple werde ich auf YouTube kommentieren, äh, kommentieren soll ich schon, äh, anschreiben. Ja. Äh. Schreibt was rein. Es tut mir leid. Ich hab gedacht, äh, ich ziehe ein bisschen was Besseres. Das ist schon crazy shit. Und, ja, also, da haben sich die 200 Dollar plus auf jeden Fall gelohnt. Alter Falter. Na gut, Boys, ähm, was gibt's da zu sagen? Ja, äh, checkt auf jeden Fall im Moment noch. Wir haben eine Merchster-Aktion, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Äh, eine Christmas-Aktion. Vor zwei Tagen hab ich ein Video rausgefeuert. Guckt euch da mal um. Äh, da habt ihr auf jeden Fall bessere Gewinnchancen als bei der Kacke hier. Und die Kacke kostet auch nichts. Heilige Kacke, Mann. Guckt da vorbei. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Fall im Fakt. Seht's nicht zu leid, ihr Wichser! Guckt nochmal, Alter. Echt? Uah! 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 Uah!